Metzgerqualität aus traditioneller handwerklicher Herstellung, Ihre Metzgerei Kreuz aus Sulzbach am Inn. Frisches Fleisch, feinste Zutaten, einzigartiger Genuss. Ich kaufe beim Metzger, das bin ich mir wert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Beratung, freundliche Bedienung. Ihre Metzgerei Kreuz aus Sulzbach am Inn. In fünf Filialen und drei Fleisch- und Wurstmärkten im Landkreis Passau finden Sie eine riesige Auswahl an Metzgereiprodukten. Ich kaufe beim Metzger. Das bin ich mir wert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Metzgerei Kreuz Party Service. Ansprechend dekorierte Wurstplatten oder Geschenkkörbe. Qualität aus eigener Herstellung. Ich kaufe beim Metzger, das bin ich mir wert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nur frisches Fleisch und feinste ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und unserer vielen Kunden. Fachgerechte Beratung, freundliche Bedienung, in fünf Filialen und drei Fleisch- und Wurstmärkten im Landkreis Passau finden Sie eine riesige Auswahl an Metzgereiprodukten. Und probieren Sie erst unsere schmackhaften Eigenkreationen wie die Sulzbacher Feuerzipfel. Ich hätte gerne 100 Gramm von dem Hausmacherpresser, bitte schön. Gerne. Ich schneide ihn noch ein wenig dicker. Ja, bitte schön. Und was darfst du noch dazu geben? Was ist denn das für ein Schinken? Das ist ein gepökelter Schweineschlägel mit einer saftigen Bratenkruste. Oder mehr 100 Gramm, bitte schön. Gerne. Und was darf ich Ihnen noch dazu geben? Das war's, danke. Dankeschön. 2,44 wären Sie dann bitte. Bitte schön. Dankeschön. So, zu uns her, vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag, wünsche Ihnen noch wiedersehen. Damit Sie gut durch den Tag kommen, gibt es täglich preiswerte und wechselnde Gerichte, ideal für Ihre Mittagspause oder nach der Arbeit. Natürlich auch zum Mitnehmen. Für feierliche Anlässe das Beste pünktlich auf den Tisch. Ihr zuverlässiger Metzgerei-Kreuz Party Service. Wurstplatten oder Geschenkkörbe. Ansprechend dekoriert. Schon beim alleinigen Anblick bekommt man Appetit. Übrigens, wir bilden aus. Zur Metzgerei-Fachverkäuferin oder auch zum Metzger. Familienidylle beim Grillen. Natürlich mit Grillspezialitäten Ihrer Metzgerei-Kreuz. Qualitätssicherheit bei fairen Preisen. Sehr stark vertreten sind wir zudem im Großhandelsbereich. 120 Hotels, Restaurants, Seniorenheime oder Krankenhäuser zählen zu unseren Kunden. Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit der Firma Größ zusammen. Gerade in unserem Bereich. Da ist sehr wichtig, dass die Qualität passt, dass die Temperaturen passen, dass einfach die Lieferung in Ordnung ist, dass die Sauberkeit passt. Und so haben wir eigentlich die letzten Jahre, Jahrzehnte schon gute Erfahrungen gemacht. Wir werden auch in Zukunft weiterhin mit der Firma Größ gut zusammenarbeiten. Regionale Produkte, hervorragender Geschmack. Ob für das tägliche Menü, besondere Anlässe oder den Großhandel. Ihre Metzgerei Größ aus Sulzbach am Inn. Regional. Vielen Dank.